Wir fahren mit den Autos aus Rocket League erst links und dann rechts, dann springen wir, hui, die Gegner schreien, pfui, ich find das aber toll, die Lobbys sind nicht voll, wir spielen online krass, das macht uns allen Spaß. Geil, ich freu mich, ich freu mich. So, Merck, hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich mich freue. Schädel, ich mach nochmal kurz das hier. Fa, fa, äh, fast überhaupt nicht. So, das hier war das hier. Dann, nehmen wir noch eins auf, kannst du noch? Ich hab Zeit. Gut. Boah, muss ich wieder ein Preset löschen? Ich hab einfach so viele Presets, aber schau dir das an, ist geil. Ah. Ähm, löschen Presets. Annoise Preset, Auto anpassen, Breakout, Type S. Ähm, sag mal, was am besten aussieht. Das hier? Das hier? Das hier? Das hier? Oder das hier? Das hier ist doch geil, oder? War das erste am besten. Das hier? Ja, wohl. Oder das hier? Nein, Spaß, das hier. Nee. Das zweite, zeig mal das zweite. Das ist auch geil. Na, das. Ja. In Farben, was meinst du, Farbe? Was helles oder was dunkels ist Hauptfarbe? Das Lela sieht cool aus, finde ich. Ich find meins am besten. Welche helle Farbe dazu? Ah, ja, wir haben ja vorher gesagt Lila-Orange. Boah, das sieht echt cool aus. Und der andere, oh. Mal rot und schwarz vielleicht. Ohoho. Sieht gut aus, oder? Ja. Dann Räder. Nehme ich jetzt einfach mal die Hot Wheels Räder, weil ich mir die noch nie gefahren bin. Sieht auch gar nicht so schlecht aus dazu. Dann Antrieb. Ähm, hab ich da noch einen freigeschaltet? Ne, eigentlich nicht. Hab ich mit dem schon mal gefahren? Der sieht auch geil aus, schau mal. Ah ne, kannst du gar nicht sehen. Ähm, warte kurz. Sorry, Mann. So. Oh, ich freu mich, dass du auch Spongebob so gut kennst. Ich hab mir Leute schon mal aufgenommen, die kannten Spongebob fast gar nicht. Und da dachte ich mir, oh, was? Wollen wir mal doppelt spielen? Glaubst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und denken, dass sie... Oh, warte. Nein, scheiße. Denkst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Also die Frage am Schluss, denkst du, das ist immer noch so geil? Oh, wollen wir doppelt machen? Mir egal. Mach rein, was du willst. Wo ist eigentlich die Lichter von deinem Auto? Da ganz unten? Ne, doch ganz unten. Lichter? Achso. Oder deine Seite? Ach, keine Ahnung. Ja, irgendwie so unten seitlich. Weil mein Auto, Alter, ich liebe das jetzt schon. Oh, Alter. Wenn wir damit siegen, wechsel ich das Auto. Huh, es ist mein Part von Rock League Online. Dabei ist der Padmeim. Willkommen. Wir sind schon zwölf im Part und schau mal, was ich für ein cooles Auto fahre. Den Prego Type S im letzten Part gezogen. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut vorbei. Im letzten Part. Und schaut auch natürlich auf euren Padmeim vorbei. Der macht auch wunderbare Videos. Boah, mit dem kann man so schön flüssig fahren. Zuletzt erst Evoland beendet. Ja, Mann. Hab ich mir angeschaut. War ein sehr cooles Let's Play. Vor allem das Spiel habe ich immer so... Ich hab's gehört, dass es das gibt. Das gab's ja auch mal für Playstore oder so. Nein, sorry. Oh. What the fuck. Ich glaube, wir gab's mal für ein Playstore das Spiel. Also für das Handy auch. Glaube ich. Und da wurde es mir vorgeschlagen. Und da habe ich den Namen Evoland gekannt. Ja. Nein, das mache ich eigentlich. Du schließt den Weg. Tut mir leid. Und ist das Playstore echt gut geworden, muss ich sagen. Ja, ich hatte ja eigentlich gar nicht voll vorher die 100% zu machen. Aber dann fehlten mir nur noch irgendwie drei Karten und zwei Sterne. Da habe ich mir das nicht nehmen lassen. Finde ich auch schön, dass man einfach aus dem Nachhinein das 100% noch machen kann. Und ja. Das war aber schon ganz schön tricky, die letzte Kiste oder so. Also alleine drauf zu kommen, wäre schon ein bisschen heftig. Ich habe da auch nachgeguckt. Ja. Hätte ich mir fast schon gedacht, weil es echt schon sehr schwer ist. Da die Bombe legen für das und dies, das. Krass. Gerade auch dieses mit diesem hinterm Haus da, diesen Geheimweg da finden. Oder in dieser Höhle, gerade die letzte dann. Aber ich habe sehr, 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 sehr viel selber gefunden. Muss ich sagen. Das wäre aber auch krass gewesen. Hattest du das Spiel von Let's Play schon mal gespielt? Ja. Wann? Hattest du schon einmal durch? Einmal ganz durch? 100% oder nicht 100%? Nicht 100%. Letzten Speicherpunkt. Und der war ja nach dem Endpost, oder? Vorm Endpost. Wenn du jetzt nochmal Spiel lädst, bist du dann vorm Endpost, oder wie? Dann bin ich da, wo ich das letzte Mal abgespeichert habe. Ah, okay. Und ich weiß gerade nicht, wo das war. Weil die Speicherpunkte sind da ja festgelegt. Mhm. Klar. Das fand ich so ein bisschen nervig. Ja, manchmal waren noch so viele Speicherpunkte ineinander. Das war ein bisschen komisch. Aber für den ersten Teil von einem Spiel war es echt in Ordnung. Boah, sehr schön. Bäm. Aber ich muss sagen, mein Auto sieht unten, also es sieht echt komisch aus. Als ob sie da keinen Bock hätten, irgendwas zu animieren. Oder irgendwas Schönes. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit meinem Auto. Ja, aber die Lackierung ist schon ganz nett. Ich habe gerade irgendwas zusammengeklatscht. Oh. Übrigens, ich fahre mit den Hot Wheels Reifen. Die habe ich beim Hot Wheels Part verpennt zu nehmen. Oh, der geht. Ja. Weil das sieht echt komisch aus unten, beinahe. Naja. Man muss ja nicht immer, ähm... Wenn sie mich von unten sehen, wenn ich vorbeigeflogen komme, müssen sie ja nicht immer staunen. Weil ich auch so gut im Fliegen bin. Nein, bin ich natürlich... Ich habe das mittlerweile ein bisschen drauf. Ja, ein bisschen kann ich es auch, aber... Boah, der wäre zu gut unerwartet. So. Okay. Kommt der? Oh, nee. Ja! Oh, cool! Ich habe ihn abgedrängt, du hast ihn gehalten. Ziemlich geil. Alter. Der spielt echt gut zusammen. Das tauscht. Die Puste geht, ey. Oh, sorry, sorry. Hast du? Oh, ja. Kriegst du den Kessel? Ja, ja, kein Ding. Sehr gut, sehr gut. Kommt mir jemand? Oder wo? Ich habe gar kein Nitro. Ist er nicht. Aber ich komme trotzdem irgendwie vorbei. Okay. Ja! Nein, Pfassen! Ja! Hä? Hat das... Glaube ich? Nee, ich glaube... Ich glaube... Du hast den Gegner hingedammt, oder? Ja, ich glaube, ich habe den Gegner nochmal reingeschubst. Ja. Aber er wäre sowieso reingegangen. Aber er war quasi nett. Hä, war doch dein Tor. Egal, egal. Nee, der Gegner hat ihn noch reingeschubst, bevor ich ihn komplett berührt habe. Okay. Aber ich glaube, wenn der Ball schon über die Hälfte im Tor ist, oder so, dann zählt es der, der den Ball halb über die Linie gebracht hat. Nein. Nicht? Ich hatte es schon oft, dass er wirklich auf meine Linie stand, weil ich ihn nur noch einmal berührt habe. Oh, okay. Da lernt mal was dazu. Aber der sollte... Nein, der hält ihn gut. Ich habe kein Neto. Da brauche ich gar nicht erst fliegen. Räum dich in solche Höhen. Was? Oh, was? Ich habe eigentlich zweimal A gewusst und er ist so gesprungen, als hätte ich nur einmal A gewusst. Das stört mich einfach. Weißt du, wie teuer das war? Mein Auto, mein neues. Meist du das? Aber ich finde es echt gut. Ja, es gibt doch noch Haftpflichtversicherung. Ja, stimmt. Wenn die das bezahlt. Ja, ja. Über... Über... Meine, ähm... Werbung im Kanal wird das alles bezahlt, weißt du? Nee, weil die Ha... Er hat ja nicht zerstört, also muss seine Haftpflichtversicherung zahlen. Ja, stimmt. Aber ich sollte mein Auto trotzdem versichern. Aber schau mal, wie schlecht man jetzt von unten komisch aussieht. Ich spritze mich mit Tente voll. Oh nein. Dein Auto wird schwarz. Wie die Nacht. Oh je. Was dein Verkleid. Das war schon ein gutes Game schon mal. Ja. Für den Anfang. Noch ein Rennen und dann warst du so. Jo. Weil das wollen wir in Vollzügen genießen. Aber die Bilder von denen, was geht ab? Zortop und Ussi. Manche machen echt komische Bilder rein. Einfach unkommentiert stehen lassen. Sehe ich genauso. Das ist, glaube ich, das ist das Beste, was man da machen kann. Jo. Du fährst. Du fährst, ne? Alles klar. Boah, okay. Ah, okay. Ich dachte, das ist ziemlich lange. Ja. Oh Gott. Wow. Haben die überhaupt was gemacht? Wollte nicht. Nee, überhaupt nicht. Nö, echt nicht. Was für eine Parade. Aber immerhin habe ich getroffen. Ich meine, ich hatte auch schon mal sowas. Man muss halt auch begreifen, dass sie nicht fahren. Fährst du. Okay, jetzt fanden sie, oder? Hey. Und wenn man den Ball jetzt einfach in die Wand gehauen hätte und die danach wieder gekommen wären, also da gewesen wären, wäre das halt ziemlich ärgerlich gewesen. Wow, der geht rein. Nein, der geht nicht rein. Huh, das war knapp. Ich habe keinen Boost, also bin ich eigentlich nutzlos. Ich dachte, du sagst gerade Kairis. Das ist Kairis. Oh, ich weiß auch. Kairis. Kairis. Egal. Kairis. Mann. Erinner mich nicht. Ich fand es so richtig abrupt und... Oh, fuck. Das kam viel zu plötzlich für mich. Aber dass du schon durchgespielt hast und ich wusste, das hat mich gewundert. In dem Moment, also ich... Oder wann war denn das, als du es durchgespielt hast? Wie lange her? Das war irgendwie ein halbes Jahr oder so. Okay. Tor. Ich merke mir nicht alles. Ich wusste, dass sie stirbt, aber ich wusste nicht mehr wie. Ach so, okay. Das kam richtig plötzlich für mich. Aber dann, als du sie gesucht hast, den Rest, war sie dann wieder da. Ja, hab ich hier gewundert. Ja, da hab ich ne Szene getriggert, die eigentlich nur mit ihr kommt. Ach so. Oh, hallo. Die hab ich noch nicht gesehen, die Szene in dem Moment. Deswegen, deswegen kam die halt vor, weil man die noch nicht gesehen hat. Da hab ich da ziemlich gefeiert. Nein! Der wär sonst nicht daneben, oder? Ne, der wär reingegangen. Ja, gut. Hab ich den erwischt? Doch. Wie du siehst. Oh. Der wär in die Ecke gegangen. Ja, ja. Ah, Mist, der hab ich nicht gut getroffen. Soll man seine Schnauze halt hier? Er denkt jetzt, du raged. Ja, natürlich. Easy. Easy going. Oha. Oh ja, sehr schön. Hab ich. What the fuck? Hauptsache, die hauen mich über die halbe Map, so Herbert. Nein. Warte, über mir. Oha, oha, oha. Hab ich. Sehr gut. Boah. Ich hab eben kurz. Okay, er spielt. Oh, sorry, sorry. Oh, fuck. Ich hab das falsch berechnet. Ich musste mich grad krass am Ball konzentrieren, dass ich die Ballkamera anhatte. Nein. Okay, da geht er neben. Was? Okay, okay, hast du den? Das wär super. Oh, fuck. Shit. Ich bin so weggeflogen, so richtig komisch. Leider hab ich den nicht. Wie auch immer. Aber war ne gute. Oh, der Einsatz passt. Ich konnte halt in dem Moment nur rückwärts fahren. Das ist am schnellsten gewesen. Kein Ding. Oh. So. Geht der? Geht nicht. Nee, er geht daneben. Ich wär erst fast gegen den Fassen gesprungen. Okay. Die haben's mit ihrer Parade. Hä? Okay, ich zerstör einfach ihn statt den Ball. Oh ja, zum Glück ist er vorbeigefahren. Jetzt ist er hochgesprungen, weil er Angst hatte, dass ich ihn zerstöre. So. Mitte. Wow. Nein. Ja, ja. Ja, geil. Oh, ich hatte so Angst, ich war nämlich ein bisschen schief auf den Ball gesprungen. Sehr gut. Aber das war echt ne gute Vorlage. Ich glaub, ich bin echt ein bisschen schief gesprungen. Da muss ich mich auch so im Flug immer drehen. Egal. Jetzt bekommen sie ihre was für eine Parade zurück hier. So, haha. So sieht's aus. Haha, doppelt gleich. Sehr gut. Gut, dass der Chat nicht nur aus was für eine Parade besteht. Oh. Hm. Wenn der nochmal auf den Boden auftatscht. Nein! Oh, ich hätte fliegen müssen. Das war ein Fehler. Okay. Das ist mir ganz ziemlich verwirrt, wie ich sehe. Wow. Das war mein Fehler. Kein Ding. Okay, Outblade. Ich bin noch hinten. Okay, den konnte ich nicht outblähen. Aber der fährt sich schon anders als der normale Breakout. Aber echt war nicht schlecht. Nee. Ja. Ich hab dich einfach dagegen geschubst. Sehr cool. Aber wir konnten die den nicht aufs kurze Eck schießen. Da hätte ich nämlich keine Chance gehabt. Oh, Alter. Ich hab dich falsch getroffen. Ich hab dich jetzt auf unser Tor hauen. Aber der war noch zu weit weg. Oh, shit. Ich renne nicht mehr. Nein. Huch. Nein. Ich hab dich falsch getroffen. Gegen die Richtung aber daneben. Habe ich sie wahrscheinlich noch irritiert, weil ich im Tor stand. Und Irritation kann in Rocket League zu ganz schön viel führen. Sehr schön. Nein, der ist... Ah, shit. Fuck. Solche Vorlage gegen die Wand sind echt schwer abzuwerden. Ich hätte... Ich hätte ihn zerstören müssen, das war ein Fehler. Oder wegräumen. Na, egal. Bist du vorne? Ö... Ja, gut. Ver... Ich war... Shit. Shit, shit. Geh du drauf. Oh, fuck. Ich stand gerade mit der Seite zu ihm und musste driften, dass ich in seine Richtung schauen kann. Und ich hatte null Boost. So, erstmal leicht zur Seite. Nein, nein. Kannst du ihn doch halten. Oh, wunderbar. Ach, komm. Schade. Scheiße. Hätte ich ihn wenigstens noch berührt. Okay, ich habe ihn. Irgendwie in deren Richtung. Oh, das wäre so cool. Ich muss zurück. Wir dürfen keine Konter zulassen. Oh, sehr gut. Und den habe ich. Warte. Woher hast du? Blut drauf. Naja, er rief. Nein, oh. Hast du? Aufs Tor. Wie Richtung Tor. Okay. Hat er den? Oh, nein. Ja, Mitte. Okay, den kann ich nicht nehmen. Oh, fuck, ey. Einfach rückwärts fahren. Keine Ahnung. Ich war auch einfach planlos. Und es hat geklappt. Das ist schon mal gut. Planlos und es klappt. Ja. Das muss aber sein. So. Okay, komm, 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 komm. Oh, Mist. Er hat mich gerammt. Okay. 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 Ja. Nein. Das kann nicht sein. So. Okay, ich konnte nicht drauf fahren. Ich hatte Angst, dass er mich... Outplay. Oh, shit. Nein, ich bin im Tor, ich bin im Tor. Nein. Scheiße. Das kann nicht sein, Mann. Das ist den ersten News, den wir zu zweit eingefahren haben. Aber es war wirklich auf gleicher Höhe. Das war nur eine Frage der Zeit. Naja, wir waren einfach zu doof einzulochen. Naja, passiert. Ja, gut, dann würde ich sagen, was ist es von der Folge von Rock League Online? Das erste Spiel war erfolgreich und ich würde sagen, Danke fürs Anschauen. Ciao. Euer Zickaflick. Tschüss. Gut, ich muss dann auf. Alles klar. War schön, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Zickaflick. Untertitelung. BR 2018